Hallo und herzlich willkommen zur nigelage neuesten ausgabe der filmkritiken hier beim telestammtisch eurem audio podcast für filmkritiken serienkritiken generell kritiken aller möglichen streambaren dinge und eben auch guter laune ich bin der andy der typ der hier ganz viel organ macht und ich habe die große freude hier eine redaktion von 50 kolleginnen und kollegen unter mir wenn man so will mit mir gemeinsam zu vereinen die über filme sprechen und das machen wir ziemlich oft und jetzt sind es auch wieder drei dinge die wir für euch besprechen und daher beginnen wir mit der besprechung des films uncle frank der kommt jetzt demnächst aktuell ganz zeitnah bei amazon prime video und das ist ein film den wir vorab sichten konnten java und kati sind es gewesen die das getan haben und für euch eine ausgiebige besprechung aufgezeichnet haben es folgt eine besprechung des dokumentarfilms the real right stuff aka die wahren helden der nation der läuft demnächst bei disney plus und der liebe manuel hat das ding vorab sehen können dass du hat sich dann zu ihm gesellt und ihm dazu ein paar fragen gestellt auch diese besprechung müsst ihr unbedingt hören zu guter letzt folgt dann auch die besprechung des dokumentarfilms stille nach der jetzt fürs heimkino erscheint auch da hatten wir vorab die gelegenheit ihn zu sehen sarah und anna haben das getan und konnten etwas über diesen doch wirklich sehr bekannten song stille nacht erfahren wir alle haben den sicherlich schon viele male gesungen und jetzt gibt es diesen dokumentarfilm der bereits im heimkino erschienen ist auch dabei wünsche ich euch viel spaß jo leute lasst mal krachen bis zum nächsten mal ciao hallo alle miteinander wir sind heute hier für den telestammtisch um mit euch den film uncle frank zu besprechen wir heißt ich bin janin und auf der anderen seite ist kathy hi hallo und ja wir freuen uns sehr euch heute diesen film vorstellen zu können das war eine augenweide aber wir erzählen gleich mal mehr darüber kathy willst du vielleicht mal die harten facts erzählen ja also der film heißt an die frank und er startet am 25 11 auf amazon prime er dauert ein bisschen mehr als eineinhalb stunden also circa 95 minuten und regisseur und drehbuchautor ist allen ball allen ball genau und wer allen wohl kennt der weiß auch dass er einen fantastischen film nicht nur einen sondern mehrere gemacht hat und zwar american beauty das ist einer meiner lieblings filme also er ist eigentlich bekannt auch für so gesellschaftskritische filme und dieser film hat ist kann man sagen ist so eine art road movie und coming out movie und spielt in den 60er jahren in amerika und hat viele kleine details die zu überraschungen führen wie fandst du den dann kathy also mir sehr gut gefallen ich fand den ich mochte die alle charaktere eigentlich also irgendwie hat jeder das bei mir auslösen auslösen sollte also ich vor allem ich mochte die bev also die haupt darstellerin total die fand ich mehr gut gespielt und auch mehr sympathisch ich fand ihn vom look her ziemlich ansprechend auch ein bisschen so ein retro style bei halt doch in den 60er 70er spielt also mit eigentlich ziemlich gut gefallen und wie bist du denn in den film reingekommen also wie fängt der denn an dass man da auch dran bleibt also die erste szene gleich ist so eine also das ist so ein ich glaube es ist eine geburtstagsfeier oder irgendeine familien zusammenkunft und es ist so ein one shot durch dieses ganze haus und man sieht halt so wie die verschiedenen familien das ist halt eine bisschen größere familie glaube es sind drei geschwister und halt die eltern und die kinder und so und man sieht halt so wie die alle irgendwie in sachen nachgegen halt die frauen kochen irgendwie und die männer sitzen dort vorm fernseher und schauen sport und die kinder rein halt ist haus und spielen und das sieht man halt so die bev die nicht wirklich weiß was mit sich anfangen soll weil sie irgendwie nirgends dazugehört und dann halt ihren onkel den frank der halt auch irgendwie draußen in diesem forum sitzt und sich auch nicht wirklich dazugehörig fühlt und so fangt er eigentlich an und das beschreibt schon am anfang ziemlich gut wie so die verhältnisse sind und da will man dann eigentlich also ich wurde nun mit mir erfahren warum das so ist und wie das weitergeht ich weiß nicht wie es dir gegangen ist ja ich fand auch die erste szene schon sehr catchy sage ich mal also mir geht es genauso wie du dass ich auch diese ästhetik sehr gut fand also man ist direkt in den 60er jahren angekommen auch mit der kleidung und den farben des filmes und diese erste szene ich finde die ist schon erst mal so richtig kritisch weil es so eine klassische verteilung ist ne die männer schauen fußball die frauen kochen und da kriegt man ja schon gleich erst mal ein magen grummeln wenn man das sieht so ne und aber man ist dann auch sehr erfrischt und oder freut sich geradezu dass es da zwei personen gibt die sich damit nicht so identifizieren können wie du es gerade beschrieben hast ne die beth und der frank eben die sich nicht dazugehörig fühlen und man weiß nicht so richtig warum eigentlich ne und merkt aber dass die sich zumindest finden was dann ja wie ich gerade schon meinte zu einer erfrischung führt oder ja man ist einfach ganz froh dass es eben nicht komplett durch strukturiert ist nach den klassischen mustern und wie fandst du denn dann diese situation in new york also ein bisschen zum einordnen die bev geht dann also ja onkel der frank meint sie soll das machen auf was sie bock hat und was ihr spaß macht deswegen geht sie dann irgendwas im dorf dort raus und geht dann nach new york an ans college glaube ich und ihr onkel ist dort eben auch professor und dort sind sie logisch in der gleichen college und so und dann kommt sie auf mit ihrem freund dort auf eine party von dem onkel eben unangekündigt und lernt dann halt seinen mitbewohner kennen und das leben von dem onkel irgendwie und von dort entwickelt sich dann die geschichte und das fand ich alles sehr interessant auch wie dieses college und dann wie sie zum onkel das alles dargestellt ist und ich weiß nicht das war ich weiß nicht genau wie ich das schreiben soll aber irgendwie ist der film hat mich von anfang an gecatcht und das hat doch nicht nicht losgelassen obwohl das sehr ruhig und alles ist auch die also alles sehen auch so in new york und so aber irgendwie war ja nicht langweilig oder so genau mir ging das auch so und ich fand auch man wurde immer wieder überrascht man weiß ja auch erst mal gar nicht worum es geht also um diese coming out geschichte weil man ja eben auch frank dann mit einer frau sieht die dann essen kochen für die schwester oder auch der freund von der beth also naja gut ich will jetzt auch nicht zu viel verraten ja genau das habe ich mir auch nicht zu viel sagen sollte man nicht zu viel darüber wissen ja genau auf jeden fall es wirklich immer wieder überraschend und was ich halt so toll finde ist dass dieser film also bestimm verschiedene themen in sich trägt erst mal natürlich das coming out und dass es irgendwie nie zu spät ist das coming out sich zu trauen dass man schon auch vertrauen kann auf die menschheit dass man auch akzeptiert wird und so weiter und dann aber auch der es spielt ja ja noch ein mann in diesem film und der kommt eben aus saudi arabien und ist moslem und wie das dann auch zum thema gemacht wird finde ich total gut dass es sind so viele themen die wir auch in unserer gesellschaft heute spielt zwar in den 60ern aber auch 2020 immer noch mit arbeiten oder was heißt arbeiten aber immer noch ein thema einfach ist weil wir uns damit auseinandersetzen müssen und das man hat ja eigentlich ziemlich gut gemacht finde ich auch und ich finde er zeigt auch was so also es ist ja glaube ich glaube ich bin trailer sieht es nicht wirklich ein geheimnis dass dass der frank hat also dass franks vater also dass der halt einfach nicht akzeptiert wird der frank deswegen auch nicht will dass seine familie das weiß dass er schwul ist und was es zeigt auch was so inakzeptanz mit menschen machen kann also wenn sie nicht einfach so akzeptiert werden wie sie sind wie das die menschen und halt ihre umgebung so zerstören kann ja genau er will ja niemanden was böses was er will einfach nur akzeptiert werden wie der ist und das ist halt für seinen vater vor allem ein problem und das zerstört halt die ganze familie und so genau und was ja auch zum also sind so viele zeit themen wie zum beispiel auch alkoholismus wird ja irgendwie auch deutlich dass er mal alkohol krank war und es sind ja alles auch so coping mechanism also da sind halt auch andere sachen passiert was im film deutlich wird womit er nicht klar gekommen ist weil er sich da weil er da schuldgefühle hatte und so weiter und dieser freund von ihm ihm da immer zur seite gestanden hat also dass es zeigt wirklich ganz schön dass man wirklich auch vertrauen kann also liebe vertrauen kann auch in schlechten phasen also ja vielleicht passt es auch genau richtig in diese corona zeit rein dass wir soziale wesen sind und dass wir einfach so eine eingebettet sein in so einen sozialen kontext einfach auch brauchen damit es uns gut geht ja ich finde das ist ja schon was du gesagt hast es gibt also es klingt vielleicht nicht so negativ was weiß also dass der film in einem wie runterzieht aber zeigt er neben den ganzen negativen aspekten halt auch die schönen seiten also wie zum beispiel franks freundin halb an der seite steht und wie beffin akzeptiert und so und wie sich das alles entwickelt und der ist ja nicht nur komplett negativ zeigt auch dann die schönen seiten des lebens die schönen seiten was da passieren kann und das ist finde ich eine gute balance in dem film finde ich auch finde ich auch und es gibt wirklich schöne szenen die gesellschaft zeigen wie bunt auch die 60er waren also auch die musik ist ganz schön und auch dieses also ich liebe road movies und das hat eben auch dass die weil der vater stirbt ja dann und die fahren dann eben in das heimatdorf oder in die heimatstadt zurück mit dem auto und was da so alles passiert naja das müsst ihr euch schon alles selber anschauen weil wir wollen ja nicht zu viel verraten auf jeden fall es ist ein sehenswerter film allen ball ist ein fantastischer regisseur das muss man ja wirklich sagen der hat zum beispiel auch six feet under diese serie gemacht wer die kennt die war ja auch ein bisschen makaber aber auch lustig also genau dieses spektrum zeigt dieser film auch dass eben manche situationen sind sehr makaber aber man muss auch lachen man wird da wirklich gut durch den film gezogen und wird gut unterhalten wie viele punkte würdest du dann den filmen geben kathie also ich kann im allzu zustimmen was du gesagt hast ich fand den wunderschön ich würde ich glaube viereinhalb von fünf geben da sind wir uns ja einig ich würde ihm auch viereinhalb punkte geben weil ich war wirklich total begeistert liegt jetzt auch schon eine weile zurück dass ich ihn gesehen habe also glaube anderthalb wochen oder so und er ist aber trotzdem noch sehr präsent in meinem kopf obwohl ich sehr viele filme schaue insofern ist das wirklich sehenswerter film und um es noch mal für alle zu sagen wann kommt er in die kinos noch mal kathie am 25 11 auf amazon auf amazon genau leute schaut euch den film an der ist fantastisch in diesem sinne habt allen schönen tag genießt die movies und auf bald hallo willkommen beim telestammtisch zur besprechung von the right stuff ich bin es du und ich darf heute interviewen dem manuel grüß dich manuel ja moin stu ich muss leider direkt reingrätschen wir besprechen the real right stuff the real right stuff weil jetzt wird es kompliziert genau jetzt wird es kompliziert ich versuche es mal zusammen zu fassen und du kannst mich dann gerne danach berichtigen also es gab 1983 einen film der heißt the right stuff im deutschen hieß der film der stoff aus dem die helden sind der wiederum auf einem roman basiert von tom wolf auf diesem roman wiederum basierte auch die disney plus exklusive serie the right stuff und über diese sie also über diese serie beziehungsweise über das was die serie erzählt wurde jetzt von disney auch noch eine doku gemacht namens the real right stuff korrekt wow jetzt muss ich mich mal selbst loben sehr gut gemacht ja dem habe ich erst mal nichts hinzuzufügen okay ja damit habe ich ja eigentlich eigentlich fast schon vorweg genommen dass du uns mal erklärst warum es in der serie geht aber trotzdem worum geht es denn genauer in dieser nicht serie sondern doku genau im grunde geht es ja um die gleichen sachen von daher passt das ja und es geht in der doku darum dass begleitet wird mit original film und audiomaterial wie damals in den 50ern anfang der 60er jahre eben das space race quasi von statten ging und die ersten astronauten die die amerikaner ausbilden wollten und in ins weltall bringen was in dem fall hieß quasi können wir vielleicht noch näher darauf eingehen aber erst mal überhaupt quasi weit genug weg von der erde kommen und dann in orbit machen und dann wieder runter nix irgendwie fancy schon auf mond landen und es geht quasi um das mercury sieben programm was dann der vorreiter von dem was dann alle kennen dem apollo programm waren und es gibt eben genau diese acht folgige oder episoden lange serie die auf disney plus erschienen ist im oktober die wir auch hier im telestammtisch besprochen haben und jetzt mit mit dem finalen episode ist eben diese doku rausgekommen die dann das ganze jetzt noch ein bisschen von der anderen seite wahrscheinlich beleuchtet ich kann es nicht ganz genau sagen weil ich die disney plus serie nicht komplett gesehen habe nur die ersten beiden folgen okay es ist ja finde ich ein sehr spannendes thema weil diese dieses mercury seven programm ist glaube ich gestartet 1959 und du hast es schon erwähnt da war jetzt nichts groß mit wir besiedeln den mond sondern es ging wirklich nur darum komm lass mal einmal kurz zu den weltraum fliegen muss doch irgendwie zu schaffen sein ja dem geht ja auch irgendwie so diese die faszination des weltraums mit einher schafft ist die dokumentation das zu transportieren deiner meinung nach da also ich würde sagen ja das ist bei mir aber auch glaube ich einfach weil ich auch einfach sehr ja ich finde es auch einfach ein ultraspannendes thema und gucke mir gerne filme serien was auch immer dazu an und bin da im grunde schon vom thema automatisch gehypt da muss wahrscheinlich die serie gar nicht mehr so viel tun aber was ich gut finde es auf jeden fall dass zum beispiel wie gesagt es eigentlich nur originale film material die gezeigt wird das gezeigt wird und was sie ganz cool machen ist dass sie zum beispiel als erzähler stimme keinen eigenen erzähler oder so haben sondern immer wieder auf audioschnipsel zurückgreifen wie zum beispiel auch von tom wolf der über dann sein buch im grunde relativ viel erzählt oder die recherche und da werden dann immer an passenden stellen schnipsel von ihm eingeschnitten oder von den astronauten selber die gerade sich mit jemandem unterhalten oder einen radio konversation gerade vielleicht mit dem kontrollzentrum haben oder sowas das wird immer zwischendrin eingespielt als erst erzähler stimme quasi und das finde ich hat einen eigentlich ganz gut so eine immersive erfahrung gegeben aber nicht einfach so platt erzählt wurde im grunde das heißt es gibt dann auch keine diese sogenannten talking heads also dass da irgendwie ein alter veteran von der kamera sitzt und dann erzählt ja damals hatten wir halt eben nur was ich sechs eier im raumanzug relativ wenig aber passiert auch also zum beispiel tom wolf wird öfter in der serie benutzt weil er da einfach das ja natürlich das buch geschrieben hat und da super viel an rotem faden denke ich mal und recherche reingesteckt hat die wieder aufgegriffen wurden also passiert schon ein bisschen aber nicht nicht so viel tatsächlich jetzt ich habe es nicht gesehen aber ich nehme mal stark an dass sie schon einen ich nenne es mal narrativen roten faden haben der damit endet dass dann zum schluss eben dass diese mission erfolgreich ausgeführt wird ist dem so oder der rote faden ist relativ simpel würde ich sagen der einfach also einfach in anführungszeichen aber chronologisch mit beginn im grunde fängt alles an als einsteig szene zum einstieg so wie sputnik der satellit damals von der sowjetunion ins all geschickt wird das war 57 und dann quasi das space race zwischen den usa und den der sowjetunion eben eröffnet wird und dann wird sich so ja dran lang gehangelt erst mal das auswahlverfahren so ein bisschen beleuchtet aber bei weitem nicht so viel wie in der serie tatsächlich die natürlich auch viel mehr zeit hat dann wird auf die so ein bisschen auf die mediale ebene eingegangen weil die astronauten im grunde auch die ersten der super bekannten helden sind die so krass in dem rampenlicht stehen dass die familien dadurch natürlich auch total beeinflusst sind und sehr viel privatsphäre verlieren da wird auch so ein bisschen drauf eingegangen das ist auch ein sehr großer punkt in der serie zum beispiel und dann geht es relativ viel darum okay was ist jetzt eigentlich was wollen wir jetzt eigentlich machen so und dann wird irgendwann geht es mehr so auf die technische seite was ich ganz gut finde eigentlich man erfährt gar nicht unbedingt so viel über die person an sich das ist glaube ich der serie überlassen was mir ganz gut gefällt und dann wird eben gezeigt okay jetzt schicken wir erst mal einen affen ins weltall jetzt versuchen wir quasi aufzuholen was die sowjet bereits geschafft haben dann wird gezeigt wie sie yuri gagarin in weltraum schießen oder in weltraum schießen jetzt ein bisschen erfolgreich auch wieder zurückbringen und hangeln sich dann im grunde an den einzelnen etappen der mission das sind ja dann fünf verschiedene missionen oder so dran lang dass eben erst mal jemand einfach nur nach oben geschießen geschossen wird und wieder runter der fällt quasi nur ein paar kilometer quasi im ist in keinem erdorbit so meine ich danach ist dann der nächste schritten ein bisschen länger in einen erdorbit zu kommen und dann wieder runter dann ist der nächste schritt wir machen erst mal eine umdrehung das ist dann was john glenn quasi der einer der hauptcharaktere in der serie macht der macht dann drei erfolgreiche erdumrundung dann der nächste schritt ist einfach danach ist dann relativ nah am ende danach passieren dann im grunde noch weitere missionen wo einfach längere erdorbits geflogen werden und das wird dann gar nicht mehr so thematisiert aber das ist so der relativ einfache rote faden an dem die dokumentation sich langhangelt wird es denn wenigstens thematisiert wie absolut unglaublich das war denn wir reden halt hier von 1959 bis ja ich sag mal früh 60er jahre ich meine heutzutage mit unserem heutigen technischen stand ist das glaube ich immer noch nicht so einfach aber ich meine ich habe irgendwann mal gelesen dass man mit der technik die in einem iphone verbaut ist mittlerweile zum mond fliegen könnte ja also mit einem also die technik die bei der mondlage benutzt wird ist in einem taschenrechner von vor 20 jahren so ne also ein iphone ist schon natürlich komplett überpowert und kann schon viel mehr aber das der punkt kommt auf jeden fall nicht rüber da würde ich sagen das ist vielleicht schwierig möglich mit nur original material und wenig so interviews und so weiter da ist eigentlich der fokus nicht so drauf und das würde ich sagen kann man so technisch geht es darum geht es dann in dem fall nicht also das würde ich sagen wird nicht transportiert das ist schwer dann wahrscheinlich nachzuvollziehen wenn man nicht vielleicht selber schon ein bisschen was zu dem thema sich angelesen oder angeschaut hat meine frage für unsere auch technik affine film fans oder serien fans aber mehr so diese ja die 4k nazis wie es immer gerne nenne ja jetzt hast du ja gesagt dass der film so habe ich es verstanden zu weit ist weitestgehend halt original material benutzt jetzt muss man halt wissen dass 1959 ist doch keine noch kein hd und 4k gab haben sie dieses material irgendwie aufpoliert oder schmelzen jetzt 16k enthusiast in die augen wenn sie das gucken ne würde ich nicht sagen also ich gucke es auf einem großen beamer zu hause kein 4k aber full hd und ich also natürlich sieht man wenn da älteres filmmaterial über ein bildschirm läuft aber nie störend also das ist jetzt nicht so als würde das irgendwie scheiße aussehen das ist schon gut aufbereitet und ich denke man kann ja auch viel machen solange alles was analog ist kann man natürlich also hat unbegrenzte auflösung das kannst du natürlich super gut digitalisieren wenn man es einfach wieder macht und ich glaube das wurde schon getan für die doku also man das sieht schon ziemlich gut aus da kann man sich nicht beschweren wie lange geht die doku eigentlich ja gute frage überall ich finde überall dass zwei stunden lang geht ich meine aber es wären nur 90 minuten also irgendwas dazwischen auf jeden fall um den dreh also es ist relativ flott muss ich sagen also hat es jetzt nicht das gefühl dass da irgendwie längen drin waren äh ne auf keinen fall ne fand ich ging relativ zügig rum die zeit ähm wir haben noch gar nicht erwähnt die gibt es nur bei disney plus ne genau okay gut ich denke schon vielleicht wird sie irgendwann sie ist produziert wie die serie auch schon von äh national geographic ich weiß nicht ob die vielleicht irgendwo nochmal selber dann später was ne die gehören auch dabei zu disney ah ja dann nicht okay gut ich wäre durch mit meinen fragen das erlaubt mir jetzt dir die möglichkeit zu geben noch alles loszuwerden was du über die doku sagen möchtest ja ich habe noch eine sache was ich ganz interessant fand der score ist von hans zimmer tatsächlich ich muss sagen er ist mir nicht irgendwie ich habe das im nachhinein gelesen er ist mir nicht positiv oder negativ aufgefallen ist halt eine doku ähm von also würde ich jetzt ich hätte jetzt wahrscheinlich erkannt wenn es hans zimmer ist wenn ich darauf geachtet hätte ähm aber was ich interessant fand war dass die doku ist ja nicht alt die ist ja dieses jahr produziert und die äh musik wurde dann halt aufgenommen von einem großen orchester und in zeiten von corona ist das nicht so trivial und war so ein orchester eben 44 leute beinhaltet in dem fall und tatsächlich haben die das alle einzeln zu hause aufgenommen ihre spuren und das wurde dann hinterher zusammen gemixt fand ich interessant also hat jetzt nichts mit der qualität der doku zu tun aber fand ich auf jeden fall einfach eine nette information wie man halt kreativ werden kann und solche sachen halt lösen kann und es trotzdem halt zumindest für meine ohren nicht an qualität gemangelt hat ich glaube diese art der musikalischen aufzeichnung gab es glaube ich schon äh schon ein paar mal ich meine auch so was man gesehen haben aber es ist schon irre wenn man sich das mal bewusst macht das stimmt ja ja vor allem dann bei so vielen leuten dann wieder die einzelnen spuren zusammen ich glaube das würde man sonst nicht unbedingt so machen aber ja äh ansonsten würde ich noch eine empfehlung raushauen ähm und zwar habe ich letztes Jahr glaube ich Apollo 11 gesehen nicht den Spielfilm sondern den Dokumentarfilm und weil du schon über 4K-Nazis geredet hast der Film ist auch von hast du den gesehen? äh ja aber nur in HD ich ärgere mich bis heute dass ich den nicht im Kino sehen konnte okay ja ähm ich also ich habe den Film gesehen und konnte nicht glauben wie gut dieser Film aussieht weil der auch nur aus Originalmaterial von damals besteht was einfach remastered wurde ja und wer ähm irgendwie Bock hat da was geiles zu sehen sollte sich das angucken weil das ist einfach nur äh atemberaubend muss ich sagen und also ich konnte es nicht glauben wie gut das aussieht nur so gut sieht äh The Real Ride Stuff nicht aus ähm aber ist auch nicht das Ziel der Serie das wollte ich nur noch äh sagen für Leute die interessiert sind und da Bock drauf haben auf jeden Fall Apollo 11 die Doku von 2019 angucken ja die war wirklich gut ähm mein finales Ziel ist jetzt ist dir ein Fazit zu entlocken am besten noch mit einer punktuellen Bewertung zum Schluss ich würde sagen vergeben wir statt Punkten einfach sputt nix du kannst geben gemein ja ich weiß das muss jetzt sein 0 bis 5 Sputt nix kannst du geben äh ja also äh wer sollte die Serie schauen äh die Dokumentation Entschuldigung ähm natürlich jeder der ja irgendwie Weltraum affin ist und Bock auf das Thema hat also das äh würde ich sagen erklärt sich so ein bisschen von selbst ich würde nicht empfehlen ich kann mich ich kannte mich in dem Thema Mercury äh Programm nicht so gut aus und fand die Serie eben sehr spannend ich würde nicht empfehlen die Dokumentation vor der Serie zu gucken wenn man die Serie schauen möchte weil natürlich klar es sind Real Life Events man kann wissen was passiert ist aber wenn man es nicht weiß wird man natürlich von der Dokumentation gespoilert in dem Fall und die Serie hat natürlich viel mehr Zeit auf Dinge einzugehen also wer erst die Serie gucken möchte sollte das tun und ähm ja sonst würde ich dem ganzen viereinhalb ähm äh Sputt nix geben absolute Empfehlung okay das klingt doch mal super gut ich danke dir für deine Meinung ähm ich danke ich danke dir fürs Interview ja so bin ich ne was soll ich sagen eines Tages Leo Manuel bring ich dich auch auf den Mond ich danke euch da draußen fürs Zuhören und wünsche euch noch viel Spaß mit dem restlichen Programm des Tele-Stammtisches ich sage Tschüss und die letzten Worte ja gebühren dir Manuel da äh bleibt nicht mehr viel zu sagen wir sehen uns dann ähm auf meinem Grundstück auf dem Mond bis dann sehr gerne so hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung für den Tele-Stammtisch ich bin hier zusammen mit der Anna hallo und ich bin die Sarah und wir wollen euch heute einen neuen Film vorstellen nämlich Stille Nacht ein Lied für die Welt diese Dokumentation kommt am 23.11. für das Heimkino auf DVD und Blu-Ray raus die Regie hat Hannes M. Schalle geführt und äh er wurde im Jahre 2018 für den BR hergestellt durch die Dokumentation führen tut der österreichische Schauspieler Peter Simonischek Simonischek immer dieser Name Anna kannst du uns denn ein bisschen was über diese Dokumentation erzählen? Ja wie der Titel schon heißt es geht um Stille Nacht und ähm dieser Peter Simonischek der erzählt halt immer aus so seinem Märchenbuch wie so ein Großvater wie das wie die Geschichte des Liedes über die ganze Welt geht und eigentlich Völker und Menschen zusammenbringt weil das Lied ist immer dasselbe aber es ist halt nur in ganz vielen verschiedenen Sprachen übersetzt also ich muss auch ganz ehrlich gestehen man merkt dass man alt wird wenn man Stille Nacht hört und einem sofort die Tränen in die Augen treibt oh mein Gott alt das ist echt schlimm ja also es geht glaube ich jedem so bei dem Lied also du weißt nicht wann du das das erste Mal gehört hast oder? das stimmt das haben sie auch ja genau das hat eigentlich fast jeder gesagt genau das hat mich auch sehr überrascht und dann habe ich nochmal selber auch so zurückgedacht und dachte so ja stimmt ja das war einfach da ja und ich habe meine Mama immer belächelt wie wir in der Kirche waren und das gesungen haben und als das alles dunkel geworden Kerzenschein der Chor fängt an zu singen meine Mutter fängt an zu heulen ich habe es nie verstanden und jetzt irgendwie so scheiße ich werde alt jetzt geht's los jetzt geht's los ja was hältst du denn vom generellen Aufbau von der Dokumentation ich fand das war mal ein bisschen was anderes an Dokumentation ja es war eine andere Dokumentation aber ich muss auch ein bisschen sagen ein bisschen in die Hose gegangen weil auf der einen Seite hat man so den alten Geschichtenerzähler auch mit so einem grisseligen Bild das hat mich so ein bisschen an die alten Dokumentationen wie Walt Disney da vor der Kamera steht und so seinen Film erklärt hat wie der funktioniert hat und das hat auch so eine alte Würde gehabt und dann kamen dann wieder komplett andere Sachen rein das habe ich auch gedacht das hat mich irgendwie so ein bisschen irritiert und es war spannend wie viele Leute das einfach gesungen haben ich glaube Stille Nacht ist in mehr als 300 Sprachen übersetzt worden wobei auch viele Dialekte dabei sind da weiß man halt nicht genau ob das wirklich Sprachen oder Dialekte sind manchmal fand ich es ein bisschen zu kitschig dann kamen da nochmal andere Lieder dazwischen da wo sie dann gesagt hat ja das da haben sie halt ein anderes Lied gesungen dann haben sie gesagt ja das Lied berührt mich total und so weiter dann habe ich mich immer gefragt reden sie immer noch über dasselbe Lied oder ist das jetzt gerade Thanks God is Christmas oder so ja da war ich auch sehr verwirrt zwischendurch springt es halt einmal zu einem komplett anderen Lied was auch sehr berühmt ist und gerade wirklich im ich glaube ich weiß gar nicht ob es im gesamten englischsprachigen Bereich oder nur im nordamerikanischen Bereich gerne gesungen wird aber es hatte nichts mehr mit Stille Nacht zu tun plötzlich ja aber alle noch herzergriffen und dieses wunderschöne Lied habe ich auch gedacht so bin ich gerade aus der Doku gefallen ja schon und dann haben wir so zwischendrin das hat mich glaube ich am meisten genervt da waren diese wir hatten in unserer Vorstellung die wir uns angeguckt haben leider keine Bauchbinden deswegen weiß ich leider nicht wer die drei waren die haben dann ein anderes Weihnachtslied gespielt sehr herzergreifend das hat mich so ein bisschen an die Werbung von Santiago oder Flippers erinnert wo ich mir gedacht habe jetzt kommt dann gleich aufgeploppt jetzt kaufen sie die CD bla 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 zu ihrem Weihnachtsfest ja das hätte auch echt eine Werbeunterbrechung sein können das stimmt das ist so kurze Pause für unsere Sponsoren genau ich muss auch zugeben ich fand für mich persönlich den Anfang und das Ende noch fast mit am interessantesten weil dort wirklich Hintergrundgeschichte erzählt wurde zum Lied und auch richtig schön dargestellt wurde also da wurden halt Schauspieler auch hergenommen und haben das nachgespielt das fand ich sehr schön am Anfang war ja die Entstehungsgeschichte da war ja eine ganz ganz große Hungersnot in Salzburg und das Schöne an Stille Nacht und Heilige Nacht ist eins der wenigen Lieder die nicht im Latein gemacht worden sind weil das zeigt schon dass es nicht für die Gebildeten sind die Latein können sondern es ist ein Lied für alle für das gesamte Volk und es hat mich schon sehr berührt und dann hat man halt am Schluss war dann das Ding mit dem Ersten Weltkrieg da wo das war 1915 glaube ich 14 1914 im Schützengraben im Schützengraben genau und dann haben halt die Engländer angefangen zu singen und die Deutschen angefangen zu singen und am nächsten Tag haben sie sich alle getroffen und das war schon sehr berührend und dann hat dieser Hauptmann gesagt er darf sowas nie wieder zulassen es ist zwar leider ja das fand ich dann auch schon sehr sehr traurig weil man darf im Krieg niemanden als Mensch ziehen sondern immer als Gegner und das hat ja das war schon sehr ernüchternd danach wobei ich es da auch sehr schön fand dass man gesehen hat dass dieser General oder Kommandant wer auch immer er war der fand das selber nicht toll der hätte das gerne nochmal gemacht ja und das ist ja auch eines der großen Wunder aus dem Ersten Weltkrieg dass da diese unangekündigte Friedens Absprache war was ja auch das Besondere war es wurde ja nicht sofort erkannt am Anfang haben die Engländer gedacht das ist jetzt der Angriff das ist eine Täuschung ist eine List eine Täuschung und dann geht der Krieg wirklich los an diesem Tag in diesem Schützengraben und erst durch das Lied haben sie halt verstanden okay die feiern Weihnachten und das können wir mitfeiern das fand ich sehr berührend das finde ich aber auch jedes Mal berührend wenn ich diese Geschichte höre ja das stimmt und überhaupt es geht halt einfach darum dass dieses Lied eigentlich zeitlos ist ich glaube das ist das berühmteste und zeitloseste Lied für Weihnachten also überhaupt ich kenne sonst kein anderes Lied das kann echt jeder mitsingen auch einfach ja gut und das fand ich eigentlich gut schön wie das in der Doku rausgekommen ist was mich ein bisschen genervt hat das war so ein bisschen ja der eine hat das ein bisschen mit Queen verglichen das fand ich ein bisschen unpassend ja und ich war ein bisschen Werbung für junge Sängerin ja und ich fand manche dieser Interpretation arg ja wie sagt man das am besten arg theatralisch ja kitschig theatralisch ja also es ist ein wunderschönes Lied keine Frage ich bin persönlich der Meinung es klingt am schönsten in einem Kirchenchor einfach durch den Hall und durch den Raum und durch die Leute die singen aber dann kommen halt diese Popstern hier weiß ich was genau was du weißt und diese Popstern oh ja irgendwie so Tönsprünge in einer Sekunde und denkst du so äh ne Leute hat eigentlich nur ein Sprung gut jetzt muss ich auch nicht mehr weilen danke ja genau also ich fand es sehr schön das Lied mal auf anderen Sprachen zu hören mit den anderen Interpretationen dazu aber manche davon waren einfach also wie du schon gesagt hast seit ich das noch nicht wusste wer es ist durch die vielen den Bauch binden saß man da so du bist jetzt eine nette junge Dame die mir etwas vorsingt ja soll mir das etwas sagen ja sie findet es halt einfach auch schön dass in ihrer ich glaube die hat Arabisch gesungen ich glaube die eine hat Hebräisch gesungen oder Hebräisch genau und dann einmal auf Spanisch Englisch Deutsch und einmal auf Thailändisch glaube ich ich glaube das war einmal Thai ja das ist ja auch so ein Bruchteil von den Sprachen in denen es eigentlich gesungen wird genau aber eine schöne Auswahl so ein bisschen vielleicht noch was Afrikanisches dann hätte man jeden Kontinuum so ja genau gibt es bestimmt auch ja aber grundsätzlich ist es eine Doku die kann man sich gerne mal anschauen wenn man sie durchzeppt ja also wann was würdest du denn sagen für wen wäre das denn eine Doku eigentlich für jeden der sich eigentlich ist es so eine Familiendoku da gibt es jetzt eigentlich keine Altersbeschränkung stimmt ja die FSK ist auch null ja die FSK ist ja null aber trotzdem eigentlich ist es für jeden was es sind ja eigentlich auch so Popsternchen mit dabei vielleicht können dann die jüngere Generation die ein bisschen was mit diesen mit dieser Stimmgewalt ein bisschen mehr anfangen und dann gibt es Kirchenchöre da können dann die Älteren wieder was damit anfangen eigentlich ist es für die ganze Familie was dabei also ich würde es da jetzt auch gar nicht beschränken auf irgendjemanden das würde ich auch so mit unterschreiben ich würde es nur zeitlich begrenzen weil ich glaube das ist ein Film oder eine Dokumentation die guckst du nicht gut im Juni am Strand ja stimmt das ist ein reines Weihnachtsding ja also es kommt super raus ja 23. November ist ein super Datum da kann man sich das holen gemütlich zum Adventssonntag ja auf die Couch setzen mit der Familie heiße Schokolade heißen Tee Plätzchen genau und dann also es ist dann auch kurzweilig ich hatte jetzt nicht das Gefühl dass sich diese Dokumentation ewig zieht oder so nö das ging eigentlich recht schön durch aber es ist jetzt auch es ist jetzt aber auch nicht so eine Doku bis auf die erste die ist ja schon mal verfilmt worden die erste Geschichte Stille Nacht äh als richtiger deutscher Spielfilm äh und und die letzte Story die ist hängen geblieben aber die ganzen Sternchen und ähm die erzählt haben wie sie halt einfach groß geworden sind mit dem Lied ja ja ich glaube da muss man einfach Fan von den einzelnen Leuten sein ja also bitte haut uns nicht wenn ihr die Leute alle kennt sagt die sind doch voll berühmt die brauchen keine Bauchbinden die muss man kennen ich habe ein zwei Leute glaube ich erkannt aber beim Rest dachte ich mir so okay äh die gibt's auch die können gut singen alle muss man sagen keiner singt da schlecht das stimmt gut dann würde ich sagen ja hast du noch Sterne müssen wir noch verteilen genau ich ähm würde sogar einfach Sterne vergeben weil es ist ja eine stille Nacht vielleicht ein Nachthimmel ähm was wie viele Sterne würdest du denn vergeben ich würde drei vergeben war keine schlechte Doku sie war mir ein bisschen zu sehr zusammengestuxelt aber ja sie war in Ordnung und schaubar und hat auch ein bisschen Spaß gemacht ah da würde ich sogar noch einen halben Punkt abziehen okay ich würde 2,5 geben aber aus dem einfachen Grund dass ich glaube ich noch nicht genug in der Weihnachtsstimmung dafür bin die ist eine gute Doku macht hat auch Spaß gemacht sie anzugucken sie war mir ein bisschen zu zerstückelt also ich hatte wie wir vorhin gesagt hatten das Gefühl irgendwie zwischendurch hat es mal das Thema gewechselt und der interessanteste Teil war für mich wirklich der Anfang und das Ende weil das da einfach ein bisschen ins Geschichten erzählen ging ähm ja gut willst du noch irgendetwas zu der Dokumentation sagen oder zu den Zuhörern schaust es euch an bildet es euch eure eigene Meinung und wahrscheinlich habt ihr sogar Bauchbinden bei der Doku genau da drücken wir euch die Daumen und ansonsten sagt uns gerne wen ihr da so erkannt habt super dann danke dir für diesen Podcast ja ebenfalls danke und bis zum nächsten Mal tschüss tschüss sehr geehrte Damen und Herren Ladies and Gentlemen wertes Publikum vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit und ihre Zeit wenn Ihnen gefallen hat was wir heute gehört haben empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde Bekannte und Verwandte an jeden von denen Sie glauben unser Podcast gehört genau um deren Ohren wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback das Sie gerne verlassen können auf den Social Media Plattformen wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de da gibt es Kommentarfunktionen bitte nutzen Sie die Bitte und bewerten uns auch noch wir sind ein Podcast der von seinen Bewertungen lebt gehen Sie auf Apple Podcast auf podcast.de auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen auf denen man Podcasts bewerten kann und bewerten Sie uns das wäre total toll wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben dann nutzen Sie doch die Gelegenheit uns via Paypal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen die Sie in den Shownotes finden vielen Dank und bis zum nächsten Mal ciao k